Von 18. bis 21. April 2013 fand in Wien im Hollywood Megaplex Gasometer das Fright Nights Film Festival statt. Ich hatte das große Vergnügen die Veranstaltung zu moderieren und eine kurze Einleitung zu jedem Film zu sprechen. Hatte die Chance einige wirklich coole und nette Leute kennenzulernen an dieser Stelle. Einen Gruß an alle und außerdem die Chance Evil Dead zu sehen einen Monat vor dem offiziellen Kinostart. Aber das ist nicht alles. Ich konnte viele tolle Horrorfilme sehen und werde in den nächsten Tagen eigentlich ausschließlich fast über Filme berichten, die ich auf dem Fright Nights Festival gesehen habe und dort immer zur Hand hatte meinen treuen Begleiter Mr. Tablet Computer, der mich im Kinosaal dahingehend unterstützt hat, dass ich meine obligatorischen Notizen zu den einzelnen Filmen machen konnte. Evil Dead allerdings war was Besonderes, weil wie wir im Vorhinein immer über Facebook und die Homepage berichtet haben, musste man bei dem Film seine Handys und sonstigen technischen Geräte aus Sicherheitsgründen abgeben, was bedeutet, dass ich wieder etwas Oldschool werden musste und einige Seiten Text verfassen. Was in der Dunkelheit eines Kinosaals möglicherweise alles andere als einfach war, vor allem, wenn man dann daran denkt, dass ich das Ganze wieder lesen muss. Und nur, um mich selbst einmal kurz auszublenden und euch einen kurzen Eindruck davon zu geben, wie leicht das war, ja, in der Zeit, die ich brauchte, um das abzutippen, hätte ich mir den Film wahrscheinlich ein zweites Mal anschauen können. Aber das nur als Einleitung für alle Leute, die durch dieses Video vielleicht erst auf meinen Kanal gestoßen sind. Die Lang-Reviews von Playzocker-Reviews sind extrem spoilerlastig. In den folgenden... Ich füge Laufzeit an dieser Stelle ein, weil ich es bis jetzt selber noch nicht weiß. Minuten werden wir den Film von Anfang bis Ende, von A bis Z, von der Pre-Credit-Sequenz bis zur Post-Credit-Abspann-Sequenz besprechen. Und da natürlich alle wichtigen Ereignisse des Films spoiler. Ich empfehle das Review damit nur Leuten, die Evil Dead entweder schon gesehen haben oder denen es komplett egal ist, dass sie schon wissen, was in dem Film passiert wird. Alle anderen sollten an dieser Stelle möglicherweise zur Mini-Version dieses Reviews wechseln. Dort bekommt ihr nur meine Meinung. Allgemein über den Film natürlich 100% spoilerfrei und so gehalten, dass man nachher weiß, soll ich mir den Film anschauen oder nicht. Ich spiele euch allen, die jetzt bei der Lang-Version bleiben, einmal kurz die Credit-Musik und dann sehen wir uns wieder hier in der gewohnten Umgebung mit dem Review von Evil Dead. Musik 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 Evil Dead 2013 Wir gehen damit, dass eine Frau blutverschmiert durch den Wald geht, dann von zwei Männern gestellt und zu Boden gedrückt wird. Ich frage mich in der Zwischenzeit, ist das wirklich ein Remake von Evil Dead oder vielleicht doch von I Spit On Your Grave? Bis sie dann in irgendeine entlegene Hütte gebracht, dort an den Pfosten gefesselt, mit Benzin übergossen und angezündet wird, wo sich mir die Frage aufdrängt. Remake von Hexen bis aufs Blut gequält, aber wir erfahren dann, dass es sich tatsächlich um irgendein Dämonenaustreibritual handelt, wo sie eben durch das Feuer geheilt werden soll. Aber offensichtlich reicht das nicht und während sie brennt, offenbart sie ihr wahres dämonisches Gesicht und ihr Vater jagt ihr eine Ladung von der Schrotflinte mitten durch die Visage. Was mich allerdings etwas wundert, weil wenn ich ein bisschen vorgreifen darf in die Handlung von Evil Dead, heißt es, es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, um einen Dämon auszutreiben. Das eine ist Eingraben, das andere ist Ausweiden und das dritte ist Verbrennen. Wieso der Dämon in dieser Pre-Title-Sequenz das offensichtlich nicht mitbekommen hat, ist wiederum eine andere Frage. Die nächste Frage, die ich mir da stellen muss ist, ist es wirklich so wahnsinnig intelligent, jemanden im Keller einer Holzhütte an einen tragenden Pfeiler anzubinden und dort abzufackeln? Möglicherweise könnte das die Stabilität des Hauses ein kleines bisschen gefährden, besonders wenn wir alle im Keller sind und uns dieses Holzteil dann auf die Rübe fällt. Und wir wissen ja spätestens seit Tanz der Teufel, dass selbst irgendein dünner Balsaholzschrank offensichtlich schon ausreicht, um jemanden wie Bruce Campbell minutenlang am Boden zu fesseln. Im Sinne von, oh nein, Hilfe, das ist so schwer, ich darf mich nur nicht genug bewegen, weil sonst sieht das Publikum, wie nicht schwer es wirklich ist. Ja, lassen wir das. Und jetzt kommt dann die Titel-Einblendung, Evil Dead, und unsere Gruppe kommt zu diesem entlegenen Haus im Wald. Was für ein Zufall, es könnte möglicherweise das Gleiche sein, aber das wissen wir ja noch nicht offiziell. Was mir sofort auffällt im Vergleich zum ersten Teil ist, abgesehen davon, dass es so eine Pre-Credit-Sequenz gibt, uns fehlt diese lange Aufnahme, wo sie mit dem Auto in Richtung des Hauses fahren, es fehlt dieses Klopfen an der Wand. Und heißt, irgendwie findet diese Anfangsszene, dieses Ankommen beim Haus ohne irgendeine bestimmende Atmosphäre statt. Dafür allerdings hat die neue Version von Evil Dead etwas, was das alte Tanz der Teufel-Filmchen nicht hatte, nämlich eine unfreiwillig komische Vorstellung der Gruppe, wo jeder mehr oder weniger die Aufgabe hat, die Namen der anderen, sowie das, was sie tun, zu nennen. In dem Sinne wie, hallo Olivia, du bist ja jetzt Krankenschwester, wie geht's dir damit? Oh, danke Eric! In diesem Sinne, meine Lieblings-Dialogzeile von dieser Sequenz des Films ist, wo David zu Mia hingeht. Mia sitzt auf einem Auto und David wird quasi gefragt, ah, ich finde es so toll, dass du gekommen bist. Und David sagt darauf, ich bin dein großer Bruder, da musste ich doch kommen. Dialoge wie, hallo, ich bin dein Bruder, du bist meine Schwester, wie geht's dir? Hatte ich wirklich nicht vermisst in Filmen seit den 80ern. Aber egal, was mir nämlich bei der Szene noch deutlicher auffällt und was vielleicht diesen Dialog ein kleines bisschen herunterspielt, ist die Tatsache, dass Mia auf Ashes Auto sitzt, dem Auto, das Bruce Campbell in Tanz der Teufel dorthin geparkt hat und wodurch wir zumindest einmal vorläufig diese Frage Remake, Reboot, Sequel klären können, weil offensichtlich Evil Dead 2013 ein Sequel ist, das nach den Ereignissen von Tanz der Teufel 2 spielt. Ansonsten wäre es etwas strange, dass Ashes Auto dort steht. Aber gut, wir haben unsere eigene Story zu entfachen, weil im Original Tanz der Teufel, es war ja so das typische Szenario, eine Gruppe Pferden, eine entlegene Hütte, um dort Party zu machen, nur im Original deutlich heruntergespielt im Vergleich zu aktuellen Party-Horrorfilmen, die ja grundsätzlich meistens nur aus Alkohol, Drogen und Geschlechtsverkehr bestehen, bis zur Zweidrittelmarke, wo sich einige Filme dann langsam dran erinnern, hey, wir sind ein Horrorfilm, es könnte langsam ein Killer auftauchen. Bei Tanz der Teufel, dem Original, wurde das Ganze deutlich heruntergespielt, hier allerdings ist es das zentrale Motiv und das, man kann sagen, die Ausgangssituation, warum unsere Gruppe überhaupt in diesem Haus gelandet ist, weil Mia, die Hauptdarstellerin, ist auf Drogenentzug. Sie hat irgendwie das Problem gehabt, dass sie sich einmal so viel reingepiffen hat, dass sie klinisch tot war und jetzt möchte sie den Entzug machen, eben mit ihren Freunden und Bekannten als Unterstützung. Und wie man sich das logisch vorstellen kann, wenn man in ein entlegenes Stück Wald fährt, um dort den Entzug zu machen, abgesehen davon, dass das vielleicht generell nicht so ganz clever ist, so fernab von Krankenhäusern und Ärzten und so weiter, aber wir haben ja eine Krankenschwester dabei, egal. Da fällt mir noch ein, das Ganze ist dann in etwa vielleicht so toll wie in dem großartigen Actionfilm Crashlanding, wo der Co-Pilot angeschossen auf irgendeinem Tisch liegt und dann kommt Blondchen vorbei und meint zu ihm, du brauchst dir keine Sorgen machen, ich hole dir den besten angehenden Medizinstudenten, den ich kenne. Den besten angehenden Medizinstudenten. Da könnte man schon als Protest, finde ich, fast sterben nach der Aussage. Aber egal, Mia ist so wahnsinnig intelligent, muss man zugeben, nachdem sie dort auf Drogenentzug hinfährt, hat sie so einen Sack voller Drogen natürlich mitgenommen, auf diesen Entzug, nachvollziehbar, nur damit sie es in einer Szene demonstrativ in den Brunnen kitten kann. Das heißt, anstatt einfach nichts mitzunehmen, nimmt man demonstrativ was mit, um es dann demonstrativ in den Brunnen zu werfen, was vielleicht auf der Sinnhaftigkeitsskala auch nicht wahnsinnig weit oben anzusiedeln ist. Mir fällt in der Zwischenzeit immer wieder auf, dass David, mias großer Bruder, der ja kommen musste, ein bisschen aussieht wie Elias Wood in Maniac und außerdem derselbe Schauspieler einer der beiden Hauptcharaktere in dem Film Dead Girl gespielt hat, dem Film, wo dieses angekettete Zombie-Mädchen in irgendeinem verlassenen Haus gefunden wurde. Hm, wer weiß, vielleicht bietet sich das noch für irgendwelche Gags an. Mia geht dann mit ihren Freunden in dieses Haus hinein und meint dann irgendwann einmal... Dofferts! Also nachdem es nicht die wienerische Synchro ist, meint sie, es riecht nach Aas, nach Tod, nach Verwesung. Hm, interessanterweise kratzt dann auch der Hund an einem Teppich und sie geben den Teppich weg, sehen, dass irgendwelche blutigen Schleifspuren zu einer Luke hinführen. Wir wissen natürlich sofort, dass es dieselbe Luke ist wie in den anderen Evil Dead Filmen, die Schleifspuren wahrscheinlich noch von Tanz der Teufel 2 dort übrig sind, wodurch sich mir allerdings die Frage stellt, wenn diese blutigen Schleifspuren dieselben sind, die in Tanz der Teufel 2 erzeugt wurden, wer hat dann nachher den Teppich draufgelegt? Aber egal, unsere Gruppe geht nach unten in den Keller und dort finden sie eine Menge aufgehängter, toter Katzen, sonstiger Tiere und so weiter, was mich natürlich wieder mal vor die tolle Frage stellt, wieso ist Mia die Einzige, die das riecht? Ganz ehrlich, 50 tote Katzen im Keller könnte man unter Umständen als penetrante olfaktorische Belästigung oder als Geruchsüberdosis par excellence bezeichnen und ich halte es für relativ schwer möglich, dass irgendjemand das nicht mitbekommt und dass sogar der Hund ungefähr auf Mias Kommando warten hat müssen, bis auch er wahrnimmt, dass da irgendwie verwestes Fleisch im Keller ist. Das Ganze glaubt man dann in etwa so toll, wie dass einer meint, ich könnte doch die Katzen vergraben, damit es nicht mehr stinkt. Ja, weil sobald diese toten Katzen aus dem Keller weg sind, ist natürlich auch der Geruch binnen Sekunden wieder verschwunden, aus diesem ungelüfteten Keller, ohne Fenster, ohne irgendeine Möglichkeit, den dort stehenden Geruch rauszubringen, ohne ihn durch das Haus nach oben zu lüften, aber scheinbar dürfte das die Gruppe sowieso nicht wirklich stören, dürfte es kein wahnsinnig wichtiges Anliegen sein, weil es ja außer Mia sowieso keiner riecht. Egal, Shiloh Fernandes, der Schauspieler von David und von Dead Girl, kann in dem Sinne froh sein zumindest, dass es nur Katzen gibt, die man in diesem Keller findet, es gäbe natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Dann finden wir in diesem Keller den verbrannten Pfosten, für übrigens alle anderen verbrannten Pfosten im Publikum des Films, gibt es eine schnelle Rückblende auf die Verbrennungsszene am Anfang des Films, jetzt wissen wir nämlich alle, dass wir im selben Haus sind, und für alle, die sich während dieser Szene nicht denken, aaaaah, wir sind im selben Haus, haben wir natürlich wieder mal Zeit daran zu denken, wie verdammt stabil dieser Holzpfeiler ist, dass er dem Feuer und dem Schuss aus der Schrotflinte aus nächster Nähe standhalten konnte, dass dieses Haus selbst Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, ist nämlich die goldene Frage, nachdem wir keine Jahreszahl eingeblendet hatten und die Leute in dieser Anfangsszene doch, könnte man sagen, so eine optische Ähnlichkeit mit der Hill's Advice hatten, ist es nicht ganz leicht nachzuvollziehen, wie lang diese eine Szene jetzt wirklich her ist, aber egal, wir finden im Keller dann neben diesem verbrannten Pfosten auch noch das Necronomicon, und das eingewickelt in Plastik und Stacheldraht. Nächste Frage, nach Tanz der Teufel 2, wer hat dieses Buch eingewickelt? Und vor allem wissen wir jetzt, dass es nicht allzu lange her sein kann, seit diese Szene stattgefunden hat am Anfang des Films, weil immerhin braune, schwarze Papiertüten gibt es noch nicht allzu lang, Stacheldraht, Schrotflinten, weil natürlich könnte man argumentieren, hey, vielleicht hat Ash das bei seinem Trip ins Mittelalter dort erfunden oder mitgenommen, und dadurch hat sich die komplette Geschichte geändert, und bereits im 17. Jahrhundert kannten die Leute Stacheldraht, braune Plastiksacherln und Schrotflinten, aber ganz ehrlich, dieser Gedanke ist dann doch vielleicht ein klitzekleines Stückchen weit hergeholt. Das heißt, so, wenn ich das jetzt von mir aus richtig deute, müsste selbst die Pre-Credit-Sequenz irgendwie nach Tanz der Teufel 2 spielen, weil immerhin war das Necronomicon in Tanz der Teufel 1 und 2 nicht in Stacheldraht und Plastiksackerl eingewickelt. Aber gut, wir wissen auf jeden Fall, wenn Evil Dead, so wie wir, slash ich, das aktuell wirklich vermuten, ein Sequel zu Tanz der Teufel 2 sein, dann muss in der Zwischenzeit zwischen diesen Filmen wirklich eine Menge passiert sein. Auf jeden Fall viele Ereignisse führen so ein verlassenes, kleines Stückchen bald. Eric hat jetzt dann dieses Buch aus dem Keller geholt. Eric ist übrigens ein Typ, der so ein kleines bisschen 70er-Jahre-mäßig ausschaut, und er schlägt das Buch auf, und das finde ich absolut großartig. In diesem Buch gibt es Warnhinweise, dass man das Buch nicht lesen soll, weil das irgendwie gefährlich ist. Wer hat das da reingeschrieben? Und vor allem, das Necronomicon hat ja quasi den Ruf, es ist ein unzerstörbares Buch. Man kann damit tun und lassen, was man will, man kann es nicht kaputt machen. Das Buch wehrt sich gegen Zerstörung, aber kann sich offensichtlich nicht gegen Vandalismus, kann nicht irgendwie diesen Bleistift nachher wieder ausradieren, weil es ja möglicherweise irgendwie hinderlich ist, der eigentlichen Mission, die Dämonen beschwören zu lassen, wodurch man natürlich auch wieder zu der Frage kommt, wieso Eric dieses Buch überhaupt lesen kann, das möglicherweise in irgendeiner antiken, altertümlichen Sprache geschrieben ist. Aber gut, er liest dieses Buch vor, er kann es offensichtlich lesen. Die böse Kamera, die wir seit Tanz der Teufel 1 kennen, hört das Ganze in riesen Entfernung. Zumindest könnte man aber sagen, dass diese Sequenz trotzdem etwas glaubwürdiger ist, als im Original Tanz der Teufel, weil hier nicht dieses kleine, dezente Tonbandgerät außerhalb des Hauses zu einem riesigen Hall entwickelt, dass man es kilometerweit davon entfernt immer noch hören kann. Hier ist es offensichtlich nur der Dämon, der diese Stimme irgendwie wahrnehmen kann. Naja. Auf jeden Fall, Mia hat langsam die Schnauze voll, will gehen, wirft ihre Halskette auf den Boden. Die Halskette übrigens ist, ich will nicht sagen selbe, aber zumindest eine sehr ähnliche, die Ash in Tanz der Teufel Linda geben wollte, so ein Anhängerteil, mit so einer runden Lupe oder so irgendwas dran. Dann scheinbar Ashs Lieblingsgeschenk aus dem S-Mart. Und was ich wahnsinnig toll finde, nachdem ja selbst Olivia, die Krankenschwester, vorher meinte, wir müssen unbedingt verhindern, dass Mia von dort wegkommt, weil Gefangenschaft sicher hilfreich ist beim Entzug. Aber lassen wir das. Sie setzen das aber im Endeffekt so toll um, dass der Autoschlüssel für Mia ganz einfach griffbereit ist, weil sie meint einfach, sie geht, hat plötzlich den Autoschlüssel in der Hand, kann sich ins Auto setzen und wegfahren. Was für eine Überraschung in ihrem Zustand, baut sie relativ kurz danach einen Unfall und versucht dann das Auto wieder zu starten, im Sumpf, mit allen vier Rädern im Wasser, versucht sie das Auto noch einmal zu starten. Sie muss dann, nachdem sie festgestellt hat, du, es kann ja nicht gehen, wegschwimmen von dem Auto. Das heißt, ihre Füße, die an den Pedalen vom Auto sind, müssen unter Wasser sein. Genauso wie in dieser großartigen Szene von The Simpsons, wo Marge versucht, ihre Flugangst zu überwinden und Homer versucht, den Start des Flugzeuges für sie zu moderieren, im Sinne von, das ist nur die Schubumkehr bei der Turbine, das ist nur das Fahrwerk, das eingefahren wird und das ist nur ein Karpfen, der zwischen deinen Beinen schwimmt. Also, so auf die Art, ich bin unter Wasser, sitze ich in einem Boot oder in einem Auto und ich glaube, selbst in einem Boot wäre es kein wirklich wahnsinnig gutes Zeichen, wenn man bis zur Hüfte im Wasser steht. Auch da könnte es mit dem Umdrehen des Schlüssels in dem Sinne nicht mehr wirklich getan sein, das Ganze wieder in Gang zu setzen. Aber egal, Mia läuft dann durch den Wald, wird verfolgt von der bösen Kamera und von irgendwelchen Dämonenvisionen. Übrigens sieht sie mehr oder weniger sich selbst als Dämonengestalt. Naja, sie wird irgendwann einmal dann von Ästen gefangen genommen und dann steht der Dämon ihr bevor und so quasi Dämonik Mia schaut sie an, schaut auf den bösesten Blick, den sie drauf hat und spielt Lucio Fulci sein Zombie hing am Glockenseil nach, in dem Sinne, dass sie nicht irgendwelche rosa Bubble Tapes, sondern irgendein brauner Ast aus dem Mund herauskriecht, der dann den Weg in Mia findet. Muss man zugeben, eine Szene, die etwas bedrohlicher und vor allem etwas weniger unfreiwillig komisch wirkt als die Waldszene in Tanz der Teufel. Aber trotzdem, dieses Ausspucken von diesem schlatzigen, dicken, braunen Astteil hat doch irgendwie etwas leicht weniger Furchteinflößendes, als man vielleicht im ersten Moment denken kann. So eben in Mia wieder vergleichbare Effekt aus einem Zombie hing am Glockenseil. Wir sehen dann, nachdem Mia überraschenderweise wieder in die Hütte zurückgekommen ist, einen Dialog mit David, wenn er dann weg geht, gibt es einen Dämon Jumpscare im Spiegel. Etwas, was man aber doch sagen muss, was Evil Dead wahnsinnig gut einsetzt, weil die Szenen, in denen der Film irgendeinen unnötigen Jumpscare macht und die Szenen, wo der Film einen unnötigen Jumpscare aufbaut, von der Inszenierung her und ihn letztendlich nicht macht, sind deutlich, wie kann man sagen, es gibt deutlich mehr Szenen, wo es nicht passiert. So Szenen wie, was weiß ich, der eine sitzt vor diesem Necronomicon, liest, die Kamera fährt langsam an ihn heran und wir wissen, jetzt kommt natürlich diese Standard-Szene, wo ihm dann jemand die Hand auf die Schulter legt und er wahnsinnig erschrickt dabei, solche Szenen lässt Evil Dead gerne aus, genauso wie finde ich auch die Original-Tanz-der-Teufel-Filme gerne irgendwelche klischeehaften Jumpscares eingebaut, aber dann doch nicht so umgesetzt haben, wie man es vom Klischee heraushalt erwarten würde. Jetzt übrigens kommt dann die Szene, wo David diese Katzen entsorgt. Hat ein bisschen gedauert, muss man zugeben, erinnern, es gibt bei dem Film im Gegensatz zu 24 keine eingeblendete Uhr, die uns genau sagt, wie viel Zeit jetzt wirklich vergangen ist, trotzdem denke ich mir, wenn ich im Keller meines Hauses 50 tote, verwesende, aufgehängte Katzen finde, die aber offensichtlich nur für eine Person und einen Hund stinken und ich eh nichts wahrnehme, gut, dann kann man auch argumentieren, dass es vielleicht nicht oberste Priorität ist, sie zu entsorgen, aber ich glaube, wir haben diese Katzen- und Geruchssache schon ein kleines bisschen zu sehr ausgeschlachtet. Gehen wir weiter, beim Entsorgen der Katzen findet er in irgendeinem Schacht seinen verletzten Hund und wie man das offensichtlich in so einer Situation macht, zerrt er den Hund am Halsband aus dieser Luke heraus, nimmt ihn in den Arm und weil das so schwer vorstellbar ist, was da vielleicht passiert sein könnte, sehen wir ein Flashback, wo Mia mit einem Hammer im Off auf diesen Hund einschlägt und ich habe nur eine ganz einfache Frage dazu, ein Wort, wann? Weil, mein Gut, man muss jetzt sagen, sie passen vielleicht doch nicht so gut auf Mia auf, wie man das vielleicht erwarten würde, im Sinne von mit dem Auto einfach wegfahren, Autoschlüssel nehmen können und so weiter, aber trotzdem nehme ich an, dass wenn sie mit ihren Freunden in einer entlegenen Waldhütte ist, um dort einen Entzug zu machen, dass sie möglicherweise unter konstanter Beobachtung steht und sich die Leute darum kümmern, dass sie nicht irgendwelche Sachen machen kann, von denen niemand was weiß, weil ich meine, immerhin bräuchte sie nur in irgendeinen Brunnen krieche und könnte dort mittlerweile quasi den kompletten Boden aufschnupfen, weil sie ja demonstrativ dort ihre Drogen verteilt hat, aber lassen wir das, Mia ist irgendwie in der Zwischenzeit wahnsinnig kaputt, geistig, insert the obvious joke here, und setzt sich in die Dusche und verbrüht sich dort, man sagt dann Verbrennungen zweiten bis dritten Grades, Verbrennungen dritten Grades entspricht so in etwa diesen Briketts, die irgendwann einmal in Backdrive durchs Bild getragen wurden, aber lassen wir das, ihr Zustand wird immer schlechter, was ich mich an der Stelle allerdings fragen muss, ist wie sie das schafft, sich mit dieser Dusche zu verbrühen, weil einerseits, glaube ich, werden Duschen generell nicht so heiß, vor allem nicht, wenn sie von so einem großen Generator in irgendeiner entlegenen Waldhütte betrieben werden, ich glaube nämlich generell, dass es dort mit Warmwasser möglicherweise nicht so angenehm ist, wie sich das irgendein Großstadtverwöhntes Bürschchen, wie ich erwarten könnte. David nimmt dann Mia mit, möchte sofort mit ihr ins Krankenhaus, damit ihre Wunden geheilt werden, aber er kommt nicht weg, weil in dem Fall nicht die Brücke kaputt ist, sondern aus diesem kleinen Bach, den sie überqueren mussten, so ein riesiger reißender Fluss wurde, wo man logischerweise mit dem Auto nicht durchfahren kann, wegen diesem Regen, der zwar nie so viel Wasser bringen würde, aber lassen wir das. Mia wird in der Zwischenzeit sediert, was ganz toll ist, nachdem sie jetzt keine Drogen mehr nehmen soll, gibt es eine Krankenschwester, die mit ihnen in diesem Haus ist und ihr andere Drogen verabreicht, aber scheinbar irgendwie nicht genug oder nicht die richtigen davon, keine Ahnung, wenn Mia, obwohl sie sediert ist, plötzlich in diesem gemeinsamen Wohnzimmer auftaucht, mit einer geladenen Schrotflinte in der Hand. Clever, Leute, neben dem Autoschlüssel auch noch die geladene Schrotflinte direkt neben dem Bett von der Drogensüchtigen auf Entzug zu lagern. Gratulation! Egal, sie schießt David mit der Schrotflinte in den Arm und es kommt dann zu einer interessanten Szene, wo sich Olivia attackiert und ihr so einen grellblutigen Tanz der Teufel zwei Gedächtnisschwall entgegenkotzt und die Reaktion auf das ist ein Paradebeispiel für die großartige Dialog- und Drehbuchkunst in dem Film, weil so fast auf einer Stufe mit Ich bin dein Bruder, ich muss doch da sein, gibt es jetzt als einziges auf diese Wer Team America World Police kennt, kann sich in etwa vorstellen, wie dieser Schwall ausschaut. Auf diese Szene kommt als einzige Reaktion Was ist mit ihrem Magen los? Ernsthaft! Aber gut, Olivia geht daraufhin verständlicherweise ins Bad, wäscht sich das Gesicht nicht, dass sie vielleicht duschen geht, weil wir sehen, dass zwar ihr Gesicht in diesem Bereich so leicht gereinigt ist, aber trotzdem hat sie diesen Dämonenschleim noch sonst überall auf ihrem Körper kleben und man könnte meinen, dass es jetzt selbst einmal die möglicherweise, man könnte sagen, den olfaktorischen Beigeschmack dieser Geschichte betreffen, auch eher unangenehm ist, voll mit schlatziger Dämonenkotze zu sein. Nicht, dass ich da aus Erfahrung sprechen würde, aber ich denke mir, man kann sich das in etwa vorstellen. Sie übrigens schaut dann in der Szene in den Spiegel, sieht irgendeine grausliche Dämonenfratze, der Spiegel zerspringt und das ist allerdings was, das kenne ich nur zu gut, mir geht es hier in der Früh oft leider nicht anders. Aber egal, Olivia wird jetzt im Bad von Eric gefunden, sie hat sich mit irgendeiner Spiegelscherbe ein permanentes Joker-Make-up verpasst, er geht dann zurück, nachdem sie, die Szene kennen wir eh alle aus dem Trailer, er rutscht auf ihrer herausgeschnittenen Backe aus, so ähnlich wie in Hannibal, wo der Bösewicht in der einen Szene sich irgendwie das Gesicht runterschneidet und den Hunden verfüttert, da gibt es allerdings, dann muss man zugeben, unfreiwillig möglicherweise dezent komische Szene, wo Eric einen Schritt zurück geht, auf diesen Backenteil ausrutscht, hinfällt und sich mit dem Kopf an der Klo-Muschel vielleicht ein bisschen k.o. tempert, sie geht auf ihn zu, sticht ihm eine Spiegelscherbe in die Brust, abgesehen davon, dass sie sich natürlich an ihrer eigenen Hand durch diese Aktion überhaupt nichts tut und beginnt dann mit einer Spritze auf sein Gesicht einzustechen. Letztendlich, was für ein Glück für ihn, dass er seine Brille auf hat und die Nadel landet dann letztendlich in seinem Tränensack genau einen halben Millimeter unter dem Auge, was wir selbstverständlich glauben und nicht nur als unnötigen Film Zufall abtun. Eric reagiert auf das natürlich entsprechend ungelassen und lässt sie irgendeinen Teil vom Klo so spüren wie Sepp ihn so und natürlich dieser ganz laute Kampf mit viel Geschrei in dieser kleinen Hütte ruft überhaupt niemanden auf den Plan. David betritt das Badezimmer genau in dem Moment, wo der Kampf eigentlich schon genau wieder vorbei ist und Eric gesteht ihm jetzt in dieser Szene, dass er aus dem Necronomicon gelesen hat und dass das möglicherweise irgendwie seine Schuld ist, wobei ich mich dann auch frage, wieso irgendjemand der normal mit Dämonenbeschwörungen und sonst was nichts zu tun hat auch sofort sagt Hey, da gibt's Leute, die sich absichtlich in der Dusche verbrühen, die sich das Gesicht mit Spiegeln herausschneiden. Du, ich hab gestern ein Buch gelesen, ich glaub das hat was damit zu tun. Irgendwie weiß ich nicht, Natalie, die bis jetzt wichtigste Person in diesem Film, besucht Mia im Keller und da muss man aber zugeben, das ist wieder ein Moment, wo ich finde, dass das Evil Dead Reboot etwas glaubwürdiger ist als das Original, weil im Original haben wir die Schauspielerin schon in ihrem Dämonen-Make-up gesehen und sie hat quasi schon der Exorzist gespielt, aber und trotzdem gehen dann die Leute zu ihr nach unten und meinen, oh, du hast zwar vorher ausgesehen wie ein überfahrenes Frettchen nach 14 Tagen, aber jetzt geht's dir wieder gut, das finde ich fein, aber hier im Evil Dead Reboot könnte man quasi alles, was mit Mia bis jetzt passiert ist, was sie Unheimliches angestellt haben, auf ihren Zug, auf ihre Drogensucht zurückführen, inklusive dieser Dämonenschleim-Kotz-Attacke, ähm, weil es ist ja nur irgendwas mit ihr Magen los, auf jeden Fall wird's dann unten ziemlich heftig, weil Mia mit so einem Stanley-Messer, ähm, man könnte sagen, den Kiss of Death für ihre Zunge übt sich, schneidet sich so längst die Zunge durch, kennen wir ebenfalls schon aus dem Trailer und überraschenderweise kann übrigens David auch Natalie genau in der letzten Sekunde wieder vor, äh, Demonic Mia retten, indem er sie die Stiegen raufzerrt und da sehen wir dann, weil sie versucht zu flüchten, plötzlich sind die Stiegen so morsch und zerbrechen unter ihren Schritten, weil ich mich ehrlich gesagt fragen muss, ist ihr das beim Runtergehen nicht schon aufgefallen, dass diese Stiegen etwas morsch sind und vor allem, nachdem unsere Gruppe schon mindestens zweimal in diesem Keller unten war, einmal um die Katzen zu finden und einmal von David um die Katzen von dort raus zu bringen, äh, könnte man meinen, dass die Tatsache, dass diese Stiegen möglicherweise nicht die stabilsten sind, schon irgendwie landläufig bekannt sind, aber nachdem er sie rausgezerrt hat, beginnt David sofort mit den Nägeln und einer Kette und einem Hammer, diese Luke zu versiegeln. Logischerweise hatte er Hammer, Nägel und Kette offensichtlich eingesteckt, quasi das Erste-Hilfe-Paket für Möchtegern-McGuyvers, woher er das nämlich wirklich hat, wird im Film nicht geklärt, er kommt frisch aus dem Badezimmer von seiner Szene mit Eric, geht ins Wohnzimmer scheinbar, findet dort Natalie, zerrt sie raus und hat dann plötzlich die ganzen Tools in der Hand. Tim the Two-Man Taylor hat, glaube ich, seinen neuen Meister gefunden. Eric erzählt dann, dass sie mir töten müssen, um diesen Dämon auszutreiben und dass es eben drei Möglichkeiten dafür gibt, eben das Ausweiden, das Eingraben und das Verbrennen, weil ich mir zugeben muss, der Kerl wird es dann sogar schaffen, aus der Exorziste einen Kurzfilm zu machen, stellt euch vor, der Pfarrer taucht auf mit einem Benzinkanister und einer Schrotflinte geht dann einfach wieder und meint, die Rechnung kommt morgen mit der Post, auf Wiedersehen. In der Zwischenzeit verändert sich Natalie's Hand etwas strange, muss man zugeben, weil zum Glück liegt neben mir so ein elektronisches Brotmesser, das auch schon eingesteckt ist, so dass sie sich ebenfalls, wie bereits im Trailer zu sehen, aber wesentlich expliziter, diesen Arm absägen kann. Nur halt nicht so ganz. In der Zwischenzeit, das Coole ist, wir sehen zwischendurch ein paar Zwischenschnitte so auf Dämonik Mia, die sie dabei beobachtet und versucht, ihr das Ganze auszureden und dann einen großartigen Dialog zwischen David und Eric, wo der eine meint, alles wird gut, andere sagt drauf, sie hat sich den Arm abgeschnitten und du meinst, alles wird gut. In der Zwischenzeit steht dann Natalie auf und wir sehen, dass sie sich eben den Arm so abgeschnitten hat, wie bei dem fast kopflosen Nick, dass noch so ein knitzig kleines Sehnchen quasi intakt geblieben ist, was sicher bei so einem elektronischen Brotmesserteil richtig einfach ist und dass sie, wenn sie aufsteht, quasi demonstrativ ihr der Arm abfallen kann. Logisch. Und dann kommen wir, nachdem Evil Dead jetzt ein Remake von I Spit On Your Grave, Hexen bis aufs Blut gequält und obviously Evil Dead war, kommen wir jetzt zum Remake-Teil von Nailgun Massacre oder dem Part des Films, den ich gerne nenne, Nagelpistolen funktionieren so nicht, weil wir kennen Nagelpistolen in erster Linie dadurch, dass sie so einen Schlauch unten hängen haben, der eben notwendig ist dafür, dass die Druckluft in das Gerät kommen kann und dort die Nägel dann nach draußen befördern kann, abgesehen davon, dass dieses ganze Teil natürlich Sicherheitsmechanismen hat, die eben verhindern sollen, dass man mit dem Gerät einfach bumm bumm durch die Gegend schießen kann. Abgesehen davon, dass es weder diesen Sicherheitsmechanismus noch irgendeine Form von Druckluft Kanister oder sonst was Schlauch gibt, man könnte natürlich sagen, oh, vielleicht wird die mit einer 9 Volt Batterie elektrisch ausgelöst oder hat wie so eine Sodamaschine keine Gaskartusche drinnen, dann glaube ich aber kaum, dass man die Nägel quer über einen Raum durch den Arm von jemandem schießen kann und dem seinen Arm auf dessen Oberkörper befestigen damit. Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass es irgendwo auf der Welt mittlerweile Nagelpistolen gibt, die so funktionieren. Wenn ihr was davon wisst, dafür sind die Kommentare da. In der Zwischenzeit glaube ich einfach nur, dass es einfach so nicht funktioniert. Was jetzt aber nichts ist, was man Evil Dead im Speziellen angreifen kann, weil generell die Verwendung von Nagelpistolen in Filmen eher nicht der Realität entspricht. Ganz im Gegensatz zu allem anderen, oder? Und deswegen denke ich nicht, dass sich jetzt irgendjemand wirklich dran stören würde und so wie ich quasi mittlerweile drei Minuten über die Verwendung von Nagelpistolen sprechen. Deswegen lassen wir das Ganze einfach sein und sprechen abgesehen davon darüber, dass die Szene eigentlich wahnsinnig cool ist. Sie ist zwar für einen Horrorfilm etwas Action-lastig und hat so einen leichten Ego-Shooter-Charakter, wenn sich Natalie dauernd umdreht und mit dieser Nagelpistole durch die Gegend ballert, sich Eric und David hinter irgendwelchen Möbelstücken verstecken, dann etwas abgeschossen werden und sich dann durch die Gegend rollen, nur damit im Endeffekt Natalie wieder herkommt mit irgendeiner Brechstange und damit auf Eric einschlägt und ihm wirklich in einer schmerzhaften Aufnahme die Pfote zertrümmert und auch ein relativ cooler Moment ist dann am Ende, wo sie mit dieser Brechstange so über Eric steht und ihm quasi den Rest geben will. David hat zufällig dann die Schrotflinte gefunden, schießt auf sie, schießt ihr die zweite Hand ab, die fällt vielleicht etwas sich einnastig, aber egal, auf den Boden, sie dreht sich um und meint, warum tust du mir weh? Schwer nachvollziehbare Gedanke und danach verblutet sie quasi in seinen Händen und irgendwie hat diese Szene, was ich meine, abgesehen davon, dass wirklich mit diesem das Absägen des Armes bis hin zu der ganzen Nailgun-Geschichte und jetzt an dem Verbluten, dass das wahrscheinlich die blutigste abgesehen vom Finale Szene des ganzen Evil-Dead-Films ist, hat sie, finde ich, auch etwas von diesem Drei-Stooges-Sketch aus Tanz der Teufel, weil auch hier relativ viel Blut vorkam und es irgendwie eine Szene war, die etwas out of nowhere kam und als eine der wenigen Szenen des Films ansatzweise irgendwie Humor durchscheinen hat lassen. Ich meine, im Original Tanz der Teufel war das Ganze dann etwas Slapstick-haft, aber hier ist es dann auch wieder die einzige Szene, die eine Mischung aus echtem Horror und dann doch etwas skurriler Comedy bietet, wobei man hier natürlich den Eindruck hat, dass die Comedy 100% gewollt ist und nicht irgendwie unfreiwillig und es ist auch jetzt nicht wirklich so, eben, dass man was zum Lachen hat, sondern nur, dass man sich etwas wundert über die Geschehnisse auf dem Bildschirm. David will als Reaktion darauf das Haus abfackeln, aber dann hält ihn seine singende Schwester Mia aus dem Keller davon ab. Ich finde es immer wieder geil, wie oft sich dieselbe Gruppe in dem selben Film von dem selben Dämon mit dem selben Schmäh reinlegen lässt. Fast so, als wären Leute in Horrorfilmen grundsätzlich bescheuert. Aber, was natürlich ganz, ganz logisch ist, David kann jetzt Mia nicht verbrennen, weil sie ist ja seine Schwester und so weiter, aber er kann sie betäuben, aus dem Haus bringen und lebendig begraben. Das leuchtet sofort ein. Er geht nach draußen, beginnt sofort damit, das Grab auszuheben, die Tatsache, dass er vorher mit einer Schrotflinte abgeschossen wurde und mit einer Nagelpistole und möglicherweise irgendwo in seinen Armen noch Wunden hat, die binnen zwei Stunden nicht verheilt sind, scheinen ihn dabei überhaupt nicht zu stören. Und dann frage ich mich noch, wie genau will er Mia in dieses Loch bringen? Weil im Gegensatz zu Linda aus Tanz der Teufel ist sie nicht leblos und wer sich noch an den Film erinnern kann, weiß, dass auch dieses Unterfangen nicht ganz so gut ausgegangen ist, wie Ash das ursprünglich geplant hatte. Aber gut, David geht jetzt allein runter in den Keller, Spitzenidee, um dort Mia zu betäuben mit irgendwelchen Medikamenten, die er von Olivia noch hat, keine Ahnung. Er wird attackiert von Mia, wird unter Wasser getaucht und natürlich taucht Eric in exakt dem Moment auf, wo David sonst sterben würde und kann den Kampf dann für ihn entscheiden. Nach dem Kampf stirbt Eric allerdings, weil er mit diesem Stanley-Messer erstochen wurde. Wo ich mir denke, irgendwie strange, weil man daran denkt, was Eric in dem Film bis jetzt schon ausgehalten hat. Von Nagelpistolen, die ihm seinen Arm auf der Brust befestigen, von Spritzen ins Gesicht, von einer Spiegelscherbe in der Brust hat ihm alles nichts ausgemacht, aber dann kommt dieses kleine Stanley-Messer daher und Exodus ist vollendet. Was ich ganz, ganz interessant fand an dieser Szene und das war ein cooler Moment, wenn man sich den Film natürlich auf dem Festival im vollen Saal 1 vom Megaplex anschaut, das Ende der Szene ist denn in etwa so, dass Eric so mehr oder weniger zusammengekauert da sitzt und David hergeht und ihn quasi einfach umdreht und ins Wasser legt mit dem Kopf voran. Hoffentlich war Eric wirklich tot und nicht nur irgendwie bewusstlos oder betäubt, weil dann hätte ihn David offiziell umgebracht und vor allem ist die Szene generell strange. Ich meine, oh, da sitzt mein bester Freund, der jetzt vielleicht tot ist. Plopp. legen wir ihn um, sprichwörtlich. Aber gut, in der Zwischenzeit ist es dann aber auch geschafft, dass Mia jetzt bewusstlos ist, dass David sie natürlich im Off nach draußen schaffen kann. Dadurch ersparen wir uns nervige Fragen wie, wie schafft das der schwerverletzte David, der fast gerade gestorben wäre und abgesehen davon noch immer ein paar Schussverletzungen hat, Mia nach draußen zu bringen und vor allem, wie schafft er das über die Morschen teilweise schon zerbrochenen stiegen mit quasi dem doppelten Gewicht auf einmal nach oben zu kommen. Aber wir cutten einfach nach draußen, wo David dann Mia eingräbt und jetzt, nachdem er sich natürlich fast wieder noch einmal reinlegen hätte lassen, ist klar, sind jetzt offiziell außer David alle tot. Damit ist eigentlich David quasi unser Ash-Ersatz in dem Film und was? gerade während ich noch weiter quasi notieren wollte, was man alles jetzt über David als Ash-Ersatz sagen könnte, gräbt David Mia wieder aus. Er schafft sie aus dem Keller nach oben, gräbt sie ein, steht ungefähr 15 Sekunden da, gräbt sie wieder aus, bringt sie ins Haus zurück und baut dort aus diesem kleinen Generator slash Autobatterie oder whatever einem Stromkabel drei Spritzen einen Defibrillator. Jetzt nichts gegen den großartigen Charakter Ash und gegen Bruce Camp aus fantastisches Schauspiel, aber vor allem in Amida Finstern ist dann hat man doch gemerkt, dass Ash vielleicht nicht das intelligenteste Wesen unter dieser Sonne ist. Auch David muss man zugeben, hat sich vom zerebralen Brauchbarkeitsfaktor bis jetzt nicht möglicherweise als Krone der Schöpfung erwiesen und plötzlich ist er da als jemand der, was weiß ich, die unglaublichste Wiederbelebungsmethode seit 96 Hours oder seit Kiefer Sutherland in 24 mal wieder jemanden wiederbeleben slash foltern wollte. Drei Spritzen, ein Stromkabel und der Generator aus einem verlassenen Haus sorgen dafür, dass jemand wieder zum Leben erwartet. Ja, wenn das funktioniert, hat Dr. Herbert West seinen neuen Meister gefunden. Aber natürlich, die Version geht schief mit Mia passiert genau gar nichts. David möchte gerade weggehen und plötzlich steht Mia hinter ihm auf. Normal. Ich darf daran erinnern, sie war für fünf Sekunden noch tot. Jetzt kann sie plötzlich wieder stehen und normal sprechen, weil das ja auch bei Leuten, die im Koma waren, so normal ist. Man wacht auf und es gibt keine so Wackel mit dem kleinen C-Nummern. Man kann einfach sofort daraufhin wieder einen Marathon laufen und halt! Ah! Au! Au! Ich glaube, ich habe es gerade verstanden. Au! Wir erinnern uns an Eric's Erklärung zurück. Mia muss sterben, damit sie der Dämon verlässt. Entweder durch Ausweiden, Verbrennen oder Eingraben. Das heißt, David hat sie eingegraben, damit der Dämon sie verlässt. Sie ist sofort danach wieder ausgegraben und wiederbelebt, dass sie quasi ohne den Dämonen in sich wieder aufwacht. This sucks so hard. Aber lassen wir das. In der Zwischenzeit, weil ja in der letzten Zeit offensichtlich noch nicht genug passiert ist, wacht Eric wieder auf als Zombie, attackiert David, der gibt Mia den Autoschlüssel, das ist ja schon einmal wahnsinnig gut gegangen, und wirft sie förmlich aus dem Haus hinaus, bevor er dann die Tür schließt und mit Eric zu kämpfen beginnt, das macht er so, indem er auf den Benzinkanister schießt und damit das ganze Haus in die Luft sprengt. Kurzer Einwand, dieser Benzinkanister ist derselbe, den er vorher ausgeleert hat, wie er noch den Plan hatte, das Haus abzufackeln. Das heißt, dieser Benzinkanister ist leer, und jemand, der ansatzweise weiß, wie Benzin funktioniert, müsste auch wissen, dass in der Zwischenzeit, die es gedauert hat, Mia raufzubringen, einzugraben, auszugraben, wiederzubeleben, möglicherweise dieses komplette Benzin einfach verdampft ist, und sofern er nicht genug Benzin ausgebreitet hat, um irgendwie einen Funken, das quasi ein Funken ausreicht, um das Ganze zu zünden, wiederum allerdings die Frage, wenn die Tür offen ist, und vor allem, gäbe es diesen Funken nicht schon vorher, wie er sie wiederbelebt hat, mit der Autobatterie oder diesem Generator, hätte man eigentlich schon in die Luft fliegen sollen, ist ja auch wieder egal, es explodiert auf jeden Fall das Haus, die Fenster fliegen aus den Rahmen, die Tür bleibt davon unbeeindruckt, auch Mia, die einen Zentimeter vor dieser Tür steht, spielt quasi gar nichts von dieser Explosion, das ist sehr angenehm, könnte man sagen, und ab diesem Moment beginnt ein Blutregen, es regnet quasi, dünstes, rosenes, tanzt der Teufel, zwei Blut aus dem Himmel, und Dämonik Mia taucht wieder auf und attackiert Mia, jetzt ist es ganz toll, dass wir vorher diese Tunnelszene mit dem Hund hatten, weil da kann sich Mia jetzt hineinflüchten, der Dämon sofort ihr nach, Mia klettert in diesen Werkzeugschuppen, schaut nach oben, sieht dort eine Machete und eine Kettensäge, die ihm zugegebenermaßen nicht mehr wahnsinnig in gutem Zustand da liegt, aber genauso wie in Texas Chainsaw Massacre The Beginning einfach da liegt und genau wie sich jeder dafür entscheiden würde, natürlich der in seinem Leben wie Mia noch nie eine Kettensäge in der Hand hatte, der wahrscheinlich auch gar nicht weiß, wie man das Ganze bedient, dessen einziges Wissen von Kettensägen möglicherweise von Leatherface kommt und man weiß, hey, Kettensägen sind Waffen, die man auch gut werfen kann. Anyways, sie entscheidet sich nicht für die Machete, die man ganz einfach verwenden könnte, auch als normaler Mensch, nein, sie nimmt die Kettensäge, betankt diese, natürlich immer noch funktionierende Kettensäge, indem sie einfach dieses Teil nimmt und über die Kettensäge drüber leert, hoffentlich gehen zumindest vier Tropfen in dieses Loch hinein, aber egal, in der Zwischenzeit könnte man sich dann doch denken, dass sich der Dämon ein kleines bisschen Zeit lässt. Mia ist in den Tunnel hinein sofort wieder, durch die Luke nach oben, der Dämon ist in diesen Tunnel hinein und wir warten ungefähr fünf Minuten, bis der Dämon nach draußen kommt. In der Zwischenzeit hat Mia dann auch noch die Gelegenheit, sich in irgendeinem Zwischenraum zu verstecken und The Raid nachzuspielen, weil genau wie in The Raid kommt jetzt dann Demonic Mia, nimmt die Machete, haut sie durch die Wand, trifft natürlich die ersten paar Mal Mia nicht und dann streift sie sie mit dieser Machete, diesmal ausnahmsweise nicht im Gesicht, sondern am Fuß und wir sehen dann auch noch langsam, wie sie diese Machete wieder rauszieht und Mia natürlich keinen Mucks von sich geben darf, also wenn da nicht eine gewisse Szene Party gestanden hätte, dann wäre das doch, finde ich, ein wahnsinnig großer Zufall. In der Zwischenzeit, danach schafft es Mia, Demonic Mia mit der Kettensäge die Beine abzusägen, der Dämon wirft das Auto und klemmt dabei Mias Hand ein und sie muss sich diese Hand abreißen, weil sie die Kettensäge nicht erreichen kann, um sie durchzusehen, muss sie sich die Hand abreißen, was etwas schmerzhaft aussieht, aber so weich, wie dieser Boden nach dem Blutregen ist, frage ich mich, wieso sie nicht einfach mit der Kettensäge machen kann und sie dann einfach drunten rausziehen. Da ist es irgendwie strange, dass sie sich die gleich abreißen muss, um sich zu befreien, abgesehen davon, dass ich es vielleicht mir nicht unbedingt zutrauen würde. Jetzt kommt die große Konfrontation, quasi das Western-Duell. Mia steht da mit der Kettensäge, der Dämon kriecht in Best-of-the-Ring-Manier auf sie zu und Mia macht etwas, das im Kinosaal lauteste Jubelrufe hervorgerufen hat und was man nur ganz einfach mit vier Worten beschreiben muss. Chainsaw to the Face und das in einer Szene, die wirklich unfassbar lang war, so ähnlich wie die Sex-Szene in Team America World Police, wo Trey Parker und Matt Stone offensichtlich die Szene nur so weit ausgedehnt haben, um zu checken, hey, schauen wir mal, was wir da an der MPAA noch alles vorbeibringen können und hier wirklich ungefähr 30 Sekunden rotiert diese Kettensäge durch den Schädel des Dämons, bis der dann gespalten in zwei Teilen zu Boden fällt, im Boden versinkt, aber natürlich Mia und das Necronomicon direkt in der Nähe einfach liegen bleiben, der Blutregen hört dann auf an, verwunderlich übrigens, dass auch das Necronomicon weder nass noch rot noch sonst irgendwas ist und dass nach einer halben Stunde ungefähr Blutregen das Haus daneben immer noch brennt. Aber gut, die Sonne kommt raus, Mia ist gerettet, nur irgendwie ist es halt vielleicht blöd, dass das Auto auf der Seite liegt und sie nicht wegfahren kann. Während dem Abspann übrigens, ähm, hören wir dann eine kurze Aufnahme von dem Tonband aus Teil 1 und nach dem Abspann, Achtung, Achtung, kommt Bruce Campbell, also halt, seine Silhouette kommt kurz auf, dreht sich in die Kamera und meint, groovy. Und das war's mehr oder weniger. Also, für alle, die sich gefragt haben, ist Bruce Campbell in Evil Dead zu sehen, ja, für ganze eineinhalb Sekunden nach dem Abspann. Aber, es fallen mir generell so viele Sachen auf bei Evil Dead, die ich einfach nur großartig finde. Man merkt einfach, dass Rob Tapper, Bruce Campbell und andere Leute, die am Original Tanz der Teufel beteiligt waren, hier die Finger mit im Spiel hatten. Evil Dead ist in meinen Augen ein, man könnte sagen, fast der Idealzustand für ein Remake, Reboot oder Sequel nach so langer Zeit. Der Film erkennt seine Wurzeln an, er weiß, woher er kommt, er baut absichtlich dauernd selber References auf die Originale ein, die jemanden, der die Originale nicht kennt, nicht auffallen werden, die nicht dafür sorgen, dass man den Film weniger gut versteht, wenn man die Originale nicht kennt, aber die einfach Kleinigkeiten sind, an die sich Fans des Originals stützen können und außerdem, es ist ja grundsätzlich eine ähnliche Story wie der erste Tanz der Teufel, nur halt in die moderne Zeit übertragen und das mit den Production Values von einem großen Kinofilm von Sony Pictures, der wirklich optisch hammermäßig ist. Der Film hat einige großartige Einstellungen, auch wenn man sich dann irgendwann einmal nach 60 Minuten fragt, wieso wir den 25. Establishing Shot von dieser Hütte brauchen, aber die Kameraführung des Films ist gut, die Regie von Fede Alvarez finde ich auch wirklich gelungen und es schafft der Film grundsätzlich das Alte und das Neue, was die, man könnte sagen, die Identität von Evil Dead 2013 ausmacht, wirklich gut zu balancieren. Einige Kleinigkeiten könnte man anmerken, so ist es beispielsweise, dass die Charaktere nicht wahnsinnig viel Substanz hatten und dass sie nicht so badass rüberkommen, wie man es vielleicht erwarten könnte. Gut, dass David jetzt nicht der badass Ash Impersonator ist, finde ich auch durchaus positiver, vor allem, wenn wir daran denken, dass Bruce Campbell in zumindest den ersten zwei Dritteln von Tanz der Teufel selbst nicht wirklich der badass Ash war, wenn wir alleine daran denken, dass Scott ihm die Axt aus der Hand reißen musste, damit der eine Dämon zerstückelt war und Ash, bis er dann am Ende aufgedreht hat, eigentlich meistens nur ängstlich in der Gegend herumgestanden ist. Außerdem gibt es da noch immer wieder so klitzekleine Ideen bei Evil Dead 2013, zum Beispiel, wenn man die Anfangsbuchstaben der Namen unserer fünf Hauptdarsteller aneinander reiht, dann haben wir das Wort Demon. David, Eric, Mia, Olivia und Natalie. D-E-M-O-N Demon. Was man damit anfangen kann, ist... Ja, vor allem, wenn ich jetzt daran denke, dass wir im ersten Teil hatten quasi Ash, Cheryl, Scotty S oder nachdem Cheryl noch dabei ist Cash Ash lassen wir das. Vielleicht war das nur einfach ein klitzekleiner Gag fürs Reboot. Ich kann nur abschließend sagen, Evil Dead 2013 ist für mich der Idealzustand einer Neuauflage eines klassischen Horror-Franchises. Der Film erkennt seine Wurzeln an, baut ausreichend References auf die alten Filme ein, um Fans bei der Stange zu halten, sorgt aber auch dafür, dass Newcomer ihren Spaß mit dem Film haben können. Evil Dead ist keinesfalls ein perfekter Horrorfilm, vor allem hätten die Charaktere ein bisschen mehr Substanz und Persönlichkeit teilweise vertragen und das Marketing des Films ist meiner Meinung nach wieder mal schamlos übertrieben. Der schockierendste und brutalste Film aller Zeiten ist Evil Dead auf keinen Fall. Es ist auf jeden Fall ein Film, der, sagen wir mal, wahrscheinlich hart an der Grenze vom R-Rating beziehungsweise der deutschen FSK-Freigabe ist, aber es ist jetzt nicht die Gore-Granate, die einem vielleicht die Trailer und die Erwartungen, die man durch das Marketing hat, versprechen, weil die wirklich harten Szenen kennt man eigentlich alle schon aus den Trailern. Sie werden zwar im Film noch deutlich länger gezeigt, aber grundsätzlich neue Ideen dahingehend gibt es nur relativ wenige. Evil Dead ist in meinen Augen für Horrorfans auf jeden Fall ein sehenswerter Film, unabhängig davon, ob man jetzt Tanz der Teufel mag oder kennt. Es ist ein sehenswerter, es ist ein guter Horrorfilm, es ist nur wieder mal ein Film, wo man sich auf keinen Fall genau das erwarten sollte, was einem das Marketing verspricht.